Ja, Thema QR-Codes. Jeder kennt sie. Spätestens seit Corona ist man ja ständig dabei, irgendwelche QR-Codes einzuscannen. Das hat einen großen Vorteil. Und zwar weiß eigentlich mittlerweile jeder, was man mit diesen QR-Codes anstellen kann. Sprich, dass wenn man sie mit dem Smartphone abfotografiert, dass man in der Regel auf eine Webseite gelangt. Und das hat eigentlich diesem QR-Code auch zu einer Renaissance verholfen. Denn der QR-Code, den gibt es schon seit vielen Jahren. Er war dann mal ganz trendy. Jeder hatte ihn auf einer Visitenkarte drauf, aber niemand wusste so recht, was man damit anfangen soll. Und das hat sich jetzt aber tatsächlich seit diesen anderthalb Jahren massiv geändert. Es ist völlig klar, mit jedem Smartphone, wo ich einen QR-Code abfotografiere oder eben anvisiere mit der Kamera, komme ich irgendwo ins Web. Und das kann man sich auch im klassischen Kataloggeschäft natürlich wunderbar zunutze machen, um den Betrachter, den geneigten Leser ins Web zu bringen. Denn was klar ist, ein Katalog, ein gedruckter Katalog hat absolute Existenzberechtigung, weil er eben ohne digitale Ablenkung funktioniert. Ein Katalog, der nach Hause geschickt wird und niemand mitnimmt, der wird durchgeblättert und da poppt nicht zwischendurch irgendeine WhatsApp-Nachricht auf, sondern man konzentriert sich auf den Katalog. Bestellt wird aber trotzdem online. Und das kann man natürlich dann mittels einem QR-Code ganz wunderbar machen, indem man dann zum Beispiel, wie ich jetzt hier meinem Produkt einfach noch einen QR-Code hinzufüge, wo der Leser einfach mit dem Smartphone drauf kann und direkt auf der Produktseite landet. Ich kann QR-Codes natürlich direkt in CorelDRAW anlegen und das funktioniert ganz einfach. Ich gehe auf das Objektmenü, sage hier Einfügen und gehe auf QR-Code. Der QR-Code ist dann sofort am Start, wird hier zentral eingebaut und ich kann ihn hier in den Eigenschaften, die auch automatisch geladen werden, hier zum Beispiel sagen, ich möchte eine URL, also eine Website eingeben. Logischerweise geht es hier jetzt natürlich direkt zu CorelDRAW, aber Sie haben auch die Möglichkeit, jede beliebige andere URL einzutragen. Die wird dann hier interaktiv geändert. Da ist alles machbar. Wir können auch nur www.corel.com eintragen und das klappt dann natürlich genauso unproblematisch. Sie haben hier die Möglichkeit, statt einer URL auch zum Beispiel eine E-Mail-Adresse zu verlinken oder Telefonnummer, SMS, Kontaktkalenderereignis. Das sind alles Dinge, die auch jedes Smartphone versteht. Kontakt ist ganz praktisch, wenn ich es tatsächlich zum Beispiel auf eine Visitenkarte machen möchte. Der Vorteil ist zum einen eine Visitenkarte, man überreicht sie trotz aller digitaler Welt immer noch ganz gern gedruckt. Wenn ich aber auf die Rückseite den QR-Code mache, kann eben derjenige, der die bekommen hat, ihre Kontaktdaten einfach mit einem Klick ins Smartphone bringen. Finde ich eine schöne Sache. Der Grafiker findet es eher weniger schön, weil es einfach ein QR-Code jedes Design zerstört, aber das ist dann dem Grafiker sein Problem. Hier jetzt im Katalog bleiben wir bei der URL, haben hier den QR-Code und setzen Sie ihn dann an die Stelle hin, wo ich ihn haben möchte. Von der Größe her sollten Sie ca. 15 x 15 mm nicht unterschreiten. Das ist so erfahrungsgemäß eine Größenordnung, die gut funktioniert, wo einem noch jedes Smartphone mitkommt. Auch bei der Farbe sollten Sie aufpassen. Sie können die Farbe ändern, das ist gar kein Problem. Jedes Smartphone erkennt das, aber Sie sollten schauen, dass der Kontrast hell-dunkel gewährleistet ist. Also lieber keine Pastellfarben nehmen, weil dann kann es wieder Schwierigkeiten bei Erkennung geben. Und es soll ja so sein, der QR-Code soll es den Leserinnen, dem Leser ja erleichtern, eben ins Web zu kommen und nicht noch erschweren, dass er irgendwie die Kamera drehen und wenden muss, bis der QR-Code erkannt wird. Sie können hier beliebig viele QR-Codes erzeugen und jeder dieser QR-Codes ist zum einen frei skalierbar, es sind Vektorobjekte und jederzeit auch hier editierbar. Und ja, das QR-Code, das ist jetzt auch irgendwie kein spezielles Format, das heißt später in PDF wird dieser QR-Code einfach als Vektorgrafik ausgegeben. Und abschließend, ich finde den QR-Code super praktisch eben den Sprung von Print zu digital wunderbar zu meistern.